wieder rausgeflogen ist halt normal kommen zwei spiele machen dann ist gut dann sollte man heute wirklich lockerlich gewesen sein das ist gerade sehr frustrierend ja da können wir dann ein bisschen golf spielen ja oder so berührungsgolf oder was seit ihr wieder da ja ich war nie weg ja 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 Ich bin wirklich satt, ey. Ich bin wirklich satt, ey. Ich bin wirklich satt, ey. da Mann, nimm mir nicht die Scheiß, boost die ganze Zeit weg. Das dritte Mal jetzt. Vorsicht. Hut durch. Da, fuck you. Da hast du mir den schön von der Nase weggenommen. Was machst du denn da? Das hast du aber auch erst, wenn der Ball eigentlich quasi schon vor der Nase und Tor liegt. Ja, dann spiel doch mit Ballkamera, du fährst praktisch. Nein, ich kann das nicht. Ich kann das nicht mit Ballkamera, ich bin das geht nicht. Ich kann mit dem Ding nicht klar. Na, ist egal. Komm, meiner. Na, ist egal. Na, ist egal. Ah, der passt doch auf, der Typ. Genau dazwischendurch. Scheiße. Ich bin genau zwischen Puppe und dem Typen durchgefahren. Na, ich kann mich nicht mehr hin. Das war der, der war vor mir dran. Aber dieser Moment, wenn Rocket League sagt, komm, der Gegner kann zwar nichts, aber die zwei Tore, die kriegen sie doch gut geschrieben. Natürlich. Ernsthaft, Leute, ernsthaft. Die haben nichts geschissen bekommen, die Jungs. Die kriegen nichts geschissen. Und trotzdem führen sie mal wieder. Weil jeder fucking Ball vor die Füße fällt. Das Spiel hast du uns aber seit einigem Zeit schon. Geh weg. Das ist meiner. Aber der könnte zu schnell sein. Ja. Ich will auch immer wieder irgendwie viel gewinnen. Herzhaft. Ja. Warum immer wieder? Weißt du, guck mal, das ist die Scheiße. Die rammt sich da gegenseitig weg. Der eine will das andere, will den anderen weg. Ja, und trotzdem machen sie das Tor. Aber jedes Mal ist das dasselbe. Die sitzen sich nur am Gegner nicht rammen. Und trotzdem kriegen sie es irgendwie gebacken. Das sind also absoluter Anfänger. Oh, sorry. Und ich glaubte nicht, dass die Profis sind, aber trotzdem. Na komm. Nee, nee. So, jetzt ja. Ja, schön. Sehr schön gespielt. Glück hat das der eine von denen auch noch schön vorbeigegangen ist an dem Ball. Das gibt's doch nicht. Ja, der hat ja nochmal gehalten, Mann. Nee, an den Pfosten. Und der geht natürlich rein, ist ja klar. Weil ich mich stellen muss erst, ja. Weißt du, der eine, der spielt einmal kurz die Komplette abwenden. Das ist, das ist... Nein. Das ist gerade unverständlich, was das Spiel gerade mit uns macht. Schön. Ich habe ihn nicht mehr rumgekriegt. Ich kam nicht mehr so weit in den Puck rum. Wir sind einer weniger. Einer von denen steht noch rum. Komm jetzt. Deck mich doch am Sack. Das ist zum Kotzen. Der Ball ist leer. Das gibt es nicht. Tor ist leer. Nein, nein. Der darf dich rein. Und natürlich fahren die wieder an einem vorbei und machen das Ding dann. Ja, nee. Einer von denen ist raus. Das heißt, sie sind nur zu zweit. Ja, genau. Ich habe keinen Boost. Ja, Baby macht es. 4, 5. Komm. Hey Leute, die sind zu zweit. Das muss doch jetzt irgendwie machen, so einen Ausgleich reinzukriegen. Und dann das Ding in der Overtime zu gewinnen. Das ist das Gute. Und wenn einer von denen fliegt, bleiben die nämlich auch einer weniger. Dann kommt nicht noch ein Bot oder so noch. Komm jetzt. Nein, das gibt es nicht. Da lenkt er den noch weg. Das ist doch jedes Mal die gleiche Kacke. Hey, du führst hier noch gerade alleine. Du führst 2.0. Die haben nichts. Kriegen die gepfiffen. Nichts. Und dann führen die auf einmal. Weißt du, deswegen steigt es auch ein. Das war ein Spiel, ne? Das war ein Spiel, ne? Das hast du gesagt. Ja, ja. Das sind eigentlich absolute Kacknups gewesen, wie die auch immer 5 Tore hingekriegt haben. Weil das Spiel dir noch geholfen hat am besten am Ende noch. Aber es ist echt die Seuche. Du kriegst die vorne nicht gebacken, die Dinger. Pfosten, Latte, drüber, knapp vorbei. Und dann hält die noch irgendwie. Aber vorne bei uns, dann gehen die einmal durch. Und das ist das, was man hier auch noch gerade momentan wurmt. Sorry, dass ich mich so aufrege. Komm, egal. Schade, ich dachte, ich bin sie zu zweit. Ich will sie suchen. Das ist die falsche Richtung. Ich will sie da vorbei. Gut, wenn sie jetzt alle da nicht wollen. Ja, ich habe sie schon wieder vor dem Foto bei dem. Ach, leck mich doch am Arsch. Wieso, das kriegt ihr den noch. Ich bringe noch mal vor dem Foto bei dem. Aber der geht auch wieder rüber. Mann, dann vorbei. Scheiß, du Sacker, das kann doch nicht sein. Ich habe aber den mal frei und ich kriege den, äh, und der springt ja noch dazwischen. Mann. Das ist ja ein Getränker gerade da im Mittelfeld. Komm, jetzt, komm, jetzt, komm, jetzt. Das kann doch nicht sein. Eigentlich bin ich immer noch mit. Ja, sehr schön. Geht ihr rein? Nein. Ich wäre bereit gewesen, auch die haben zwei Haft gewährt. Das ist so kurz. Natürlich, weißt du, der Ball springt von der Dicke weg und der genau dem vor die Nase. Hier, die Kacke. Der springt ja von der Dicke, von der Nase. Und der kann ohne Probleme den einfach reindrücken. Und vor allem geht er bei dir noch immer in die richtige Richtung, wenn du so ein Schuss machst, auch heute. Ja, der springt am Pfosten, Latte oder was auch immer, der, der kann die noch halten. Einer von euch? Ja, ich komme. Sorry, ich muss ja noch mal länger machen, aber es war zu schnell. Der wäre nicht zurückgekommen, leider. Nein, ich komme nicht rum. Nein. Natürlich. Mist. Ich wollte, ich wollte ihn so weg, weg machen wie du vorhin, Kev, aber es hat nicht rum. Naja, ich kam da irgendwie nicht ganz da. Knapp vorbei, sonst wäre der drin gewesen. Ja, bei der Dicke, ich bin eine Sekunde zu früh gedreht, da ist er an mich abgeprallt, ich wollte eigentlich eine Rückwärtszeit weg machen. Genau. Ja, natürlich kommt der, natürlich kommt der, natürlich kommt der, die noch aufgefährt. Ach, der Mann, explodieren, lass mich nicht explodieren, du Drecksack. Kann ich nur mehr machen? Nee, kann ja letztlich keiner machen. Warum auch? Boah, Glück gehabt. Baby, Alter, wenn du bumsen willst, können wir uns auch anders regeln, da brauchst du hier nicht selber ran. Schiebt sie mich da zehnmal nach vorne. Und natürlich wollte er wieder genau aufs Tor, ist ja klar. Ich komme nicht dahin, nach, ja, das ist normal, das ist gerade einfach die Phase, dass die echte, einfach, wir haben vorne die Chancen, kein Problem, Kontertor. Das ist halt das frustrierende, gerade an diesem Spiel. Und das ist auch das, warum ich mich gerade abfacke jetzt. Wieso haben wir nichts hin? Das ist halt das, warum ich mich gerade abfacke jetzt. Okay, fährt doch einfach weg. Herrgott, niedrig, Scheiße. Ja, genau. Ja, genau. Warum nicht? Dieses Spiel sagt dann lieber... Ach, Mann, ist das ekelhaft, gerade ist das ekelhaft zu spielen. So, also jetzt andere Spiel, glaube ich. Ja. Deswegen Kackse, Bronze 3, Alter, ich steige momentan echt nur ab.